Ich habe das Gefühl, zehn wichtige Männer haben entschieden, dass dieser Barbie-Film ein Hit wird. Dann haben sie mit Zara, H&M, Instagram, Nicki Minaj mit allen geredet, damit sie ihre Barbie-Scheiße raushauen, um den Film zu bewerben. Und alle fallen drauf ein und kaufen diese Zara-Barbie-T-Shirts, die pseudo-feministisch sind. Ja, weil ich meine, Zara produziert halt eben Malaysia und China und keine Ahnung wo. Ja, aber von Frauen, das muss man sagen. Also das ist gerade die Textilindustrie in Bangladesch und Kambodscha, das ist schon alles Frauenarbeit. Das ist gut. Also ich meine, in der Hinsicht werden Frauen ja schon auch unterstützt irgendwie.